hallo und herzlich willkommen zur nächsten folge von dego die unglaublichen und wir machen nicht die story weiter sondern wir machen erst einmal dunkelgaben fertig hätte ich sagen die trofee haben wir schon dafür für die gegner in die räder zu schmeißen aber auch schon auf parker schon gesammelt wir haben konnten möglich ist also immer so 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So Da haben wir hier wieder Das war gar nicht mehr So, ich habe einen Blick, das hier. So, ich werde das auch ein bisschen mehr sehen. Bis zum nächsten Mal. So, da werden wir vorne in die Kipfel eigentlich, aber das ist anders schon. So, da werden wir vorne in die Kipfel, also in die Kipfel, also in die Kipfel. So, da werden wir vorne in die Kipfel, also in die Kipfel, also in die Kipfel, also in die Kipfel. So, da werden wir vorne in die Kipfel, also in die Kipfel. So, da werden wir vorne in die Kipfel. Gehen wir mal den fliegenden Charakter Dann haben wir dauernd das nächste hinzugehen So, das nächste Hoffentlich ist das kein Dessert für ein Desaster Ich danke dir, junger Mann Gehen wir mal Gehen wir mal Das geht noch. Dann brauchen wir das mal auszufangen. Und das war's. Oh, hier ging mal ja nicht auf dem Boot. Ja. Wir müssen jetzt auch rumschmeißen können. Wir hoffen, dass sie da nach oben kommen. Ja. Frozone. Danke. Ich bin ein riesiger Fan. Von ganz früh. Ja, alles klar. Komm mal. Hallo. Ich bin Linguini. Hallöchen. Dann haben wir den Steineziel erreicht. Dann haben wir den Steineziel erreicht. So. Dann machen wir das jetzt mal fahren. Dann machen wir das einfach. Dann machen wir das einfach. Felix das ist ja super fattbar. MannХör Bauch! Schuss, 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 schuss. Das können wir hier nicht so durchbringen. Und auch... ... von dem wir einfach einen geklitten haben. Hört auf da noch mehr Kohle reinzuwerfen! Oh ja, ja, das ist das genau. So... 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 Dann haben wir das, wenn wir auch wieder eine Tüte bekommen. So... 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 ja, die wird leichter ja und und Genau. Jawoll. Dann, wenn wir schaffen und wer so gut sind. Bis zur nächsten Folge und Servus.